Trauer Die Träume, den Sturmwind des Morgen geröteten Abends, Den in der untergegangenen Seerose schlafenden See, Kommst du mit deinem Schweigen zu vereisen, Schwarze Schwester dessen, Der dir als Krone gesetzt hat, Den zackigen Himmel aus Schnee auf die Schläfen, Eine blühende Wolke, Du sollst sie auf der Wimper tragen, Du in einfachen Kleidern verirrte, Du lachst, Morgen wohl auch den Herbst aus den Nüssen, Die Bauernbluse, die mit Schatten genähte, Besterntes Spinnweb, Willst du über Nacht nicht tragen, Das Gold aber schläft, Und der Nebel steigt auf, Wem geb ich den Tau, Die Träne, Wem? Dieses Gedicht gehört zu den wenigen von Paul Celan, Die er auf Rumänisch verfasste. Ich gebe zu, Daß ich in zweierlei Hinsicht an diesem Gedicht scheitere, Erstens will es einfach nicht gelingen, Der vorliegenden Übertragung von Barbara Wiedemann Eine äußere Form zu geben, Die dem rumänischen Original im Kreuzreim nahe kommt. Das liegt vor allem an dem, Woran man zweitens scheitern muß. Die Bilder entziehen sich weitgehend der Deutung Und sind so surreal, Daß man keine Formulierung auch nur ein wenig ändern kann, Ohne daß ein völlig anderes Bild entsteht. Man kann also nicht dieselbe Idee versuchen, Dem Reim zuliebe in etwas andere Worte zu packen. Andererseits sind die Bilder so besonders, Daß auch ohne Reim eine Wirkung entsteht. Trauer Wir erfahren nichts Näheres über Art und Anlass der Trauer. Die Träume, Den Sturmwind des morgengeröteten Abends, Den in der untergegangenen Seerose schlafenden See, Kommst Du mit Deinem Schweigen zu vereisen. Jemand wird mit Du angeredet. Ist dieses Du die Trauer aus der Überschrift? Dieses Du jedenfalls vereist den Sturmwind eines Abends, Der aber morgen gerötet ist, Als wenn hier bereits eine Hoffnung nach einer Katastrophe aufscheint. Das Du vereist einen See, Der in einer untergegangenen Seerose schläft, Und dieses Du ist eine schwarze Schwester, Nämlich Schwarze Schwester dessen, Der Dir als Krone gesetzt hat, Den zackigen Himmel aus Schnee auf die Schläfen. Das Du, Die schwarze Schwester, Ist demnach vielleicht die Nacht, Denn der Tag könnte der Nacht In Form von Wolken, Einen zackigen Himmel aus Schnee auf die Schläfen setzen. Eine blühende Wolke, Du sollst sie auf der Wimper tragen. Das ist schon so ein richtiger Ceylan-Satz, Dieses Du sollst, Das er so wuchtig in seinem Gedicht in Ägypten repetiert, Und, ob auflösbar oder nicht, Der Kontrast zwischen der Größe einer Wolke Und der Zartheit einer Wimper, Die diese doch tragen soll, Ist auch eines Ceylans würdig. Du in einfacheren Kleidern verirrte. Die Nacht, Die schwarze Schwester des Tages, Trägt im Vergleich zum Tag Auch einfachere Kleider Und ist in diese oder mit diesen verirrt. Du lachst. Morgen wohl auch den Herbst aus den Nüssen? Dieses Bild für Vergänglichkeit Baut Ceylan später in seinem Gedicht Corona noch aus. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen Und leeren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Die Bauernbluse, Die wohl zu den einfachen Kleidern gehört, Die mit Schatten genähte, Besterntes Spinnweb, Also gewissermaßen ein Kleid aus Dunkelheit, Wie Spinnweben unsichtbar, Aber mit Sternen bestückt. Willst du über Nacht nicht tragen? Nun würde nicht mehr ganz aufgehen, Daß vorher schon die Nacht personifiziert wurde, Wenn jetzt die konkrete Nacht genannt wird. Ist also doch eher die Trauer gemeint, Was zu ihrer Eigenschaft passen würde, Mit Schweigen etwas zu vereisen, Wie es in der ersten Strophe heißt? Es bleibt wohl irgendwie zwischen beidem in der Schwebe. Das Gold aber schläft und der Nebel steigt auf. Das Gold kann daß der Morgenröte sein, Entsprechend steigt Morgennebel auf. Wem gebe ich den Tau? Die Träne wem? Wir haben also ein Erwachen aus der Nacht, Wenn man Tau zu vergeben hätte, Und ein Erwachen aus der Trauer. Wenn aber niemand da ist, Dem man die entsprechende Träne geben kann, Dann mag vielleicht die Trauer vergehen, Aber die Einsamkeit bleiben. Letztlich kann man das Gedicht wohl nicht ganz aufschlüsseln. Faszinierend ist aber, Wie der junge Celan, Der noch vor den schrecklichen Erfahrungen Von Krieg, Verfolgung und Verlusten steht Und auch wohl noch keine depressiven Oder gar psychotischen Schübe erlebt hat, Auf Rumänisch mit solchen Bildern Und solchem Ton experimentiert, Womit er später berühmt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017